Die Schlacht am Kahlenberg am 12. September 1683 beendete die zweite Wiener Türkenbelagerung. Ein deutsch-polnisches Entsatzherr unter der Führung des polnischen Königs Johann III. Sobiski schlug die Osmanische Armee. Die Niederlage bedeutete den Anfang vom Ende der türkischen Hegemonialpolitik. Auf christlicher Seite kämpften die Vereinigte Infanterie und Artillerie der Allianz aus Österreich, Sachsen, Bayern, Baden und das Kirchenstaat sowie das polnische Reiterheer. Ihr gegenüber stand das Wien-belagernde Osmanische Heer. Verlauf Das Gefecht kam für die Belagerer unter dem Oberbefehl von Kara Mustafa nicht unerwartet, da dieser beispielsweise am 4. September von einem Gefangenen über das Herannahen der Entsatzarmee und ihre Stärke unterrichtet worden war. Völlig auf die Einnahme der Stadt konzentriert hatte es der Großwesie zum einen versäumt, das Donauufer wirksam überwachen zu lassen und so dem Entsatzherr schon die Überquerung des Flusses unmöglich zu machen oder zumindest zu erschweren. Zum anderen wurden auch die Höhen des Wiener Waldes nicht befestigt, um dem Entsatzherr auf diese Weise den Anmarsch auf die Stadt zu blockieren. Vom nicht abgesicherten Kallenberg stießen die verbündeten polnisch-deutschen Fußtruppen so in den Rücken der Osmanen, die die Stadt einzunehmen versuchten. Die osmanischen Kriegsherren konnten sich über die Taktik in dieser Schlacht mit zwei Fronten nicht einigen. Herzog Karl V. von Lothringen zerschlug den schwachen rechten Flügel der Osmanen. Am späten Nachmittag wurde die Schlacht entschieden, als die Kavalerie insbesondere die durch König Johann III. Zobiski geführte polnische Elite-Truppe der Husaren in einer Kavalerieattacke vom Berg herab. Die Elite-Truppen der Sipahi und Janitscharen bezwang und ins feindliche Lager eindrang. Wien war gerettet. Die Osmanen flohen in wildem Durcheinander. Erst jenseits der Schwächert, ca. 10 Kilometer von Wien entfernt, gelang es Kara Mustafa, einen Teil seiner Truppen zu sammeln und nach Gür zurückzuführen. Die Verluste der Entsatzarmee lagen bei rund 2.000 Toten und 2.500 Verwundeten. Türkischerseits waren es rund 10.000 Tote, 5.000 Verwundete und 5.000 Gefangene. Am 7.8. September 1683 hatte die anrückende Entsatzarmee bei Tulen an der Donau folgende Stärke. Museale Rezeption Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien befindet sich ein großes Hüllgemälde, welches die Schlacht am Kalenberg zeigt. Es dürfte sich dabei um ein Werk eines polnischen Hofmalers im Dienst des Sobiskis handeln. Das Gemälde ist ein narratives Schlachtenbild. Es zeigt zwei Ereignisse zur gleichen Zeit, die allerdings sechs Tage auseinanderlagen. In der Mitte oben ist der letzte Sturmangriffe der Türken am 6. September gegen die Löwe Bastal zu sehen. Der restlichen Bildraum nimmt die Schlacht vom 12. September ein. Im Vordergrund in der Mitte unten ist der polnische König in Sigapose dargestellt. Dahinter sein Sohn Jakob Louis Heinrich Sobieski. Das Gemälde war ein Geschenk Sobieskis an Kaiser Leopold I. Vor dem Gemälde ist eine beleuchtete taktische Karte aufgestellt, die dem Museumsbesucher die Orientierung erleichtern soll. Besondere Stücke sind auch der Degen des Verteidigers von Wien, Graf Ernst Rüdiger von Stahemberg, nebst einem ihm zugeschriebenen Kürers. Ausgestellt ist auch eine große Anzahl an Beutestücken des türkischen Heeres, wie mehrere Rossschweife, Reflexbögen der berüchtigten Sipachi sowie eine türkische Standarte. Eine besonders kuriose Waffe ist eine Sturmsinse, eine aus drei Sinsenblättern zusammengeschmiedete Verteidigungswaffe der Belagerten. Am Kahlenberg steht heute auch eine steinerne Gedenktafel mit einer Inschrift in polnischer Sprache, die an die Beteiligung Polens unter Johann III. Sobieski erinnert. Siehe auch. Großer Türkenkrieg. Liste der Schlachten. Marco de Aviano.